Also grundsätzlich ist es mal so, von jeglicher Liste, also zum Beispiel hast du eine kalte Liste oder eine Liste generiert über Online-Marketing-Maßnahmen, Webinare, Web-Downloads oder irgendwas, gilt, dass du zwischen 5 und 15 Prozent der generierten Interessenten konvertierst in eine Opportunity. Klasse oder Masse? Ja, was ist wichtiger in der Lead-Gen, in der Lead-Generierung? B2B, Klasse oder Masse? Und ich hatte immer wieder mal Kampagnen in der Vergangenheit, wo da auch sehr sprunghaft immer wieder Verwirrung herrschte und auch gestiftet wurde. Einmal waren es zu viele Leads und nicht qualifiziert genug. Zwei Wochen später waren, dann hieß es Klasse statt Masse und zwei Wochen später waren es dann wieder zu wenige Leads und dann hieß es, naja, da ist aber vor einem Monat viel, viel mehr rausgekommen und so weiter und so fort. Und hier mal dieses Video habe ich mich dazu entschieden, es mal zu machen, um hier mal ein bisschen Klarheit für all diejenigen zu bringen, die hier sich häufig dieselbe Frage stellen, was ist jetzt wichtiger, Klasse oder Masse in der Lead-Gen und hierzu mal dieses Szenario. Grundsätzlich vorweg möchte ich sagen, dass Klasse natürlich immer wichtiger ist wie Masse. Mal vorliegendes Beispiel, ich hatte mal mit einem CEO gesprochen von einem IT-Systemhaus, spezialisiert auf Hardware-Software in der IT-Security und er meinte, naja, ich habe jetzt eine Lead-Gen-Agentur beauftragt gehabt und die haben mir innerhalb von sechs Monaten 180 Leads gemacht, habe 45.000 Euro dafür bezahlt und dann habe ich gesagt, oh cool, super, das ist ungefähr 250 Euro pro Lead. Und wie viele von den Leads sind konvertiert in Neukunden? Dann sagte er, ja, von den 180 Leads war ein wirklich guter Termin dabei, der ist aber noch kein Neukunde. Ja, und auf der anderen Seite ist es natürlich so, wenn du halt die Tendenzklasse hast, die meiner Meinung nach die richtigere ist, aber dann trotzdem, sagen wir mal, nur einen oder zwei Neukunden im Jahr gewinnst oder sowas in der Richtung, je nachdem, was du halt machst, ja, oder im Monat, also zu sehr, zu stark auf Klasse gehst und zu wenig Masse hast, dann kann es sein, dass du zu abhängig wirst von den wenigen Kunden beziehungsweise interessenten Leads, Opportunities, die du bei dir in der Pipeline hast. Deswegen gilten hier folgende Regeln. Also grundsätzlich ist es mal so, von jeglicher Liste, ja, also zum Beispiel hast du eine kalte Liste oder halt eine Liste generiert über Online-Marketing-Maßnahmen, Webinare, Web-Downloads oder irgendwas, ja, gilt, dass du zwischen 5 und 15 Prozent der generierten Interessenten konvertierst in eine Opportunity, ja. Das kann natürlich sehr stark schwanken, je nachdem, wie stark du vorfilterst, sei es jetzt manuell über Recherche oder Telefonate, ja, also wir filtern sehr, wir haben sehr klasse, also wirklich glasklare Filter, die wir, wenn wir Kampagnen machen, für unsere Kunden einsetzen, sodass da wirklich sozusagen eine Conversion-Rate in Optis, ja, von 5 bis 15 Prozent schon sehr, sehr gut ist. Wenn du natürlich Online-Marketing-Kampagnen hast und hier auch sehr gute Filter einsetzt, kann das natürlich bis auf 20 Prozent hochgehen, ja. Dann ist es so, dass du von den Opportunities hin zu Neukunden, ja, ungefähr 1 zu 4, ein Ratio 1 zu 4 rechnen musst, das heißt, jeder vierte Opportunity wird dann auch ein Neukunde. Ganz einfach, woher kommt es? In der Regel ist es so, wir sprechen ja hier von B2B. B2B geht fast ausschließlich nur über Ausschreibungen und sogenanntes Shortlisting. Also das heißt, es werden verschiedene Lösungen im Markt sondiert, wird eine Shortlist gebildet und von dieser Shortlist wird dann sozusagen jede Firma eingeladen, die darf dann pitchen, einmal und mehrmals und dann wird die Entscheidung getroffen, meistens dann nochmal Shortlist nochmal kürzer gemacht auf die letzten zwei oder drei in die allerletzte Runde und dann wird nochmal entschieden zwischen den letzten zwei oder drei Anbietern angeboten. Und das ist natürlich so, dass du sagen kannst, okay, eine Ratio 1 zu 4 ist gesund, denn wenn, sagen wir mal, auf einer Shortlist im Durchschnitt so 5, 4 bis 5 Anbieter immer stehen, manchmal sind es nur drei, ja, sagen wir mal im Schnitt 4, ja, dass du dann letztendlich jede vierte Sondierung, also jede vierte Pitch, du auch dann gewinnst, ja. Und wenn du davon ausgehst, dann ist das eben ein gesunder Ratio und somit fängt es jetzt auch gerade stärker zum Regnen an. Und deshalb möchte ich das Video beenden. Und ja, also, das sind sozusagen die KPIs aus der Realität, die ich dir jetzt mitgeben möchte. Ich hoffe, es hat dir weitergeholfen, wenn du da Unklarheit hast, was ist jetzt wichtig, klasse, Masse oder was sind realistische KPIs, wie kann ich sozusagen den Erfolg meiner Kampagne, Lead-Chain-Kampagne, Online-Offline in Kombination etc. pp. viel vernünftig messen, auf eine langfristige Geschichte hin, ja, dass du das nicht sozusagen dir alle zwei, drei Wochen irgendwie hier einen Meinungswandel durchleben musst. Ja, oh, jetzt sind es wieder zu wenig Leads, ja, oh, jetzt sind es wieder zu viele Leads, zu wenig qualifiziert, zu wenig Qualität, zu viel Qualität und so weiter, ja. Okay, das soll es gewesen sein für dieses Video. Abonniert meinen Kanal und Daumen hoch und hier unten schauen wir vorbei bei meinen kostenlosen Videoserien, ja, und natürlich auch bei meiner bezahlten Akademie, denn ich muss ja auch von was leben, ja. Oder halt Einzelcoachings, ja, biete ich auch an, nicht sehr viele, aber ich habe nicht so viel Zeit. Oder einfach, wenn du Lust hast auf eine Zusammenarbeit, dann sehen wir uns. Ich glaube, ich muss dann mal die Linse hier wieder trocken machen. Bis zum nächsten Mal, dein Thomas Klein, happy hunting und tschüss.